Moin Moin! Herzlich Willkommen zu einem weiteren FTK Tutorial. Heute geht es um das treffsichere Zielschießen. Alles was du dafür brauchst, ist ein Ball jeglicher Größe und etwas Schüsselartiges als Ziel. Ich bin André vom Standort Hamburg und jetzt viel Spaß! Also, dann bewaffne dich mit einem Ball und deiner Zielschüssel. Zuerst fangen wir ganz einfach an, indem wir die Schüssel irgendwo im Raum oder wie hier draußen positionieren. Danach legst du deinen Ball in einer guten Entfernung zu der Schüssel auf den Boden. Wenn du das gemacht hast, versuchst du nun den Ball in die Schüssel zu schießen, wie ich hier. Im nächsten Step positionierst du die Schüssel mit der Öffnung nach oben und versuchst dann, die Schüssel zu treffen. Als Tipp, du kannst dir verschiedene oder gleiche Bälle direkt an die Seite legen, damit du, so wie ich hier, die schnell parat hast. Falls es bei dir nicht so schnell klappt, habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Stell dich vor eine Wand und übe es, den Ball richtig zu treffen. Wenn das gut klappt, kannst du wieder versuchen, das Ziel zu treffen. Dann sollte es schnell besser klappen. Im letzten Step legst du eine Schüssel oder das, was du als Ziel benutzt, etwas erhöht hin und versuchst, auch wieder das zu treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, die weiteren Videos auf diesem Kanal anzuschauen. Bis zum nächsten Mal.